Clarisse Aquala ist eine autodidakte Künstlerin, deren experimentelle nachhaltige Kunst eine Kombination aus Töpferei, Textilien und Technologie darstellt. Sie kreiert einzigartige Avatare aus Ton, die sie in traditionelle Mode der Anziko oder Anziofalka kleidet. Durch ihre Kunst erzählt sie Geschichten von verlorenen kaiserreichen Afrikas, die schon lange vergessen sind. Mit frischem Wissen und gegenseitigem Respekt möchte Clarisse neue Horizonte öffnen und zu mehr Menschlichkeit in unserer Welt beitragen. In Workshops lädt sie ihre Gäste ein, ihre innere Welt zu entdecken und zu entfalten, eine Hommage an eine Welt voller kreativer Stärke und Liebe, frei von Angst. Untertitelung des ZDF, 2020